Ich spreche hier mit Matthias Bösel, der bei uns zum Beispiel den Bereich Materialanalyse bearbeitet, intensiv bearbeitet und Matthias, die erste Frage an dich. Was verstehen wir hier bei Innoform unter Materialanalyse? Ja, also bei dem Thema Materialanalyse machen wir die verschiedensten Untersuchungen. Das ist zum einen die Bestimmung von Materialaufbauten, aber auch, wenn es ins Detail geht, zum Beispiel die Bestimmung von Ablagerungen, zum Beispiel an Maschinen oder auch Verunreinigungen in Folien, sprich Stippen, die wir dann eben genauer analysieren. Wer gibt solche Aufträge in Auftrag? So eine Stippenanalyse, interessiert das jeden oder wie funktioniert das? Ja, das hängt natürlich immer so ein bisschen davon ab. Also Stippenanalysen ist jetzt schon eher etwas Spezielleres, wo dann eher auch die Folienhersteller und Veredler an uns herantreten. Bei den Anwendern, die die Folien dann anwenden, entsprechend, die kommen eher an uns ran und fragen dann, ob die Materialqualität so geliefert wurde, wie sie auch bestellt wurde, zum Beispiel. Was würde ein Lebensmittelhersteller denn hier zum Beispiel mit einer Materialanalyse anfangen können? Was sind da typische Fragestellungen? Ja, Fragestellungen sind eben zum einen, wenn es auch um Schadensanalyse geht, herauszufinden, ist das Material vergleichbar zum Beispiel mit einer alten Charge oder aber ist das auch das Material eben, wie gesagt, wie es so auch spezifiziert wurde? Und da kommen wir dann ins Spiel und untersuchen letztendlich den Aufbau. Was sind die Besonderheiten von Materialanalysen? Was für Geräte braucht man dafür? Wie funktioniert das? Ja, das ist ein relativ komplexes Feld, wo wir verschiedenste Analysengeräte brauchen dafür. Da haben wir unter anderem den Mikrotomschneider als zentrales Instrument, um den Querschnitt von den Materialien herstellen zu können, um dann eben die Aufbauten, was die Struktur angeht, genauer untersuchen zu können. Da haben wir dann zum Beispiel die Infrarotspektroskopie, aber auch die Thermoanalyse DSC, wo wir dann verschiedene Analysengeräte, Analysenverfahren miteinander kombinieren, um dann eben die Informationen rauszuholen aus den Materialien. Ja, herzlichen Dank. Gehen wir doch gleich mal rüber und gucken es uns an.